joo hallöchen so suchen sie sich eine stelle auf dem dach und der aus die ungestimmten jahre kontaktieren können aber machen ja ja hallo ich glaube ich will nicht mit uns reden in seine augen in seine augen welche augen genau die augen ja was soll wir tun um aufs dach klettert ich liebe es ja hallo zombies schnell irgendwo hin wo die uns nicht erreichen können ja ja definitiv oh das war ja da sind welche da ist so ein gasmaskentyp oh fuck oh fuck oh fuck warte warte hör auf mich Hilfe okay Alter wow ich bin einfach runtergefallen schlichtweg runter es geht über in eine Richtung, oder? ich warte auf dich mach doch mal noch spieler hallo telefonieren train hier bericht ich arbeite nicht mehr mit raiz zusammen er wollte dass ich jade all demir entführe und ihm bringe damit er sie in seiner arena kämpfen lassen kann ja und das ist alles was soll das heißen das ist alles ich bin doch kein menschenhändler sie haben wohl vergessen wie viel von dieser datei abhängt crane wenn raiz ein mädchen will geben sie es ihm sie können ja auf sie aufpassen oder was zum wie können sie was für eine beschissene hilfsorganisation seid ihr eigentlich und überhaupt wenn diese datei die welt retten kann wieso muss sie dann geheim bleiben wir zahlen sie nicht für insubordination crane machen sie es f*** dich du arsch das sind die typischen spastis die damit einfach nur geld verdienen wollen so nach dem motto hey wir haben ein gegenmittel aber es kostet sich 1000 euro so ungefähr hat sie ziehen zum turm also zurück zum turm running with my hammer und anscheinend geht es im rest der stadt genauso was ist passiert keine ahnung gasexperte hat uns letzte woche verlassen gasexperte vielleicht kann ich ihn finden du musst in den linken und so schnell er soll sich eine eigene kleine festung hinterm bahnhof gebaut haben sollen wir da mal helfen oder helfen oder helfen ich hab jetzt mal einen gut angenommen der fachmann diese die 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 in diese die create diese die die Dafür wirst du mir büßen. Ende Jelände, verstehst du? Alter. Wie damals in der Grundschule. Alter. Alter, ich hab dir mit nem Scheiß verdammt Rasen auf den Hals gehauen, ey. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Nooo! Ein Gesicht mehr, vielleicht. Ah, schön. Liebe Waffen, die bluten drauf haben, wa? So. Was hat denn der für eine Waffe? Ah, eine Hacke. Ja! Ähm, warte, hier ist eine Kiste, mein Freund. Kiste, Kiste, Kiste. Und, warte. Entschuldigung. Wow! Wow! Wird das heute noch mal was? Was? Du hast die Kiste unten woher mich runtergespissen. Ja, Mann. So, ähm. Da hinten sehe ich... ...etliche Zombies. Ja, genau da müssen wir hin, weil hier ist nämlich eine Mission. Hast du auch den Fachmann ausgerüstet? Warte, Fachmann? Ja, die Mission. Sonst gehen wir in die Mission. Warte, was habe ich ausgerüstet? Hauen Sie ab! Ja, der Fachmann, die Rüstung. Suchen Sie Jeffs Festung hinter dem Bahnhof. Ach so. Ja. Hast du das? Ja. Okay, sprechen Sie mit Jeff. Also machen wir das mal, wa? Absolut. Ja, mich schützt sie in der Nase. Das ist nicht gut, wenn es in der Zombiemenge ist, Alter. Oh nein! Ich komme später hoch. Hahaha. Warte, ich glaube wir müssen eh nach unten, oder? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall erstmal da oben, weil Zombies. Glaube ich. Ja, wir müssen aber nach unten. Kommen wir irgendwo rein? Ja. Flugzeug? Ah, ja. Ist der Paket abgeworfen worden? Oh ja. Zuerst dahin. Und zwar schnell. Ja. Einfach laufen, einfach laufen. Ähm. Ja, okay. Ja, wir müssen als erstes da sein. Tatsächlich. Oh nein, das war ein Fehler. Ja. Was sind die Ersten? Ja. Was ist das, was ist das? Hallo, was ist das? Bitte limitiert? Ich glaube schon. Ist die eine leer gewesen bei dir? Nee. ach du meinst ach so instanziert wo ich jetzt vorstellt weil die lehrer zu anklopfen nein okay dann sind die auch für jeden ja da jetzt zurück zu der fachmann das nämlich jetzt gerade wurde ich jetzt alles weg gute aber das ist ja gut jetzt hat er auch geil dass das gerade so gut geklappt hat na ja alle sprachen ausdauern nein nicht sterben Alter, wieso wurden die denn plötzlich schon schnell? Ja, die Zombies? Ja. Da gibt es doch verschiedene Zombies. Langsame, schnelle, dann gibt es noch diese Special Zombies. Ja, unten läuft ein Special Zombie rum, der gerade am explodieren ist, glaube ich. Ja. Jo. So. Och nee. Alter, sind die viele Zombies. Übrigens, das lockt Fiese Fische an, ne? Ja, ich weiß. Ich habe es gerade schon gehört. Wo müssen wir hin? Ja, der schmeißt mich mit Kotze. Äh, wir müssen hier hin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? 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 Wurde die solchen Kuben reingefallen, Alter. Lock die mal alle hier hin. Hast du Böller? Nein. Wow. Wow. Alter. Ja. Beschies dich mit Kotze. ich bastel mal gerade was die kunde ja hier auch mal ganz kurz mal gucken warum ich böller machen kann da kann ich nicht nur küschenkram keine ahnung was das ist wir versuchen wir hier nicht runterfallen was bastelst du gerade mollis noch im zweiten molly genau beim molotovs bin ich doch bei warte mal ich hab 16 böller ja vom anfang noch ach ich hab diese fackeln die doch auch zum ist an sich ich heil mich gerade und ich helfe jetzt auch sofort so erstmal das vorsicht er kotzt wieder er kotzt er kotzt ich bin da oh man hallo spaß ich habe eine idee nein das war eine schlechte idee down please can you help me with the thousand zombies in der gasse eine sekunde sterben ich versuche ich versuche ich bin tot ich bin tot ich bin wirklich gespawnt für den typ verspann ich gerne einen molly ne bist du tot nein ich schmeiß grad mit entflammbarer flüssigkeit da hinten auf die menge wenn das funktioniert das blaue licht zombies aber nicht so oder hast du noch bilder ich habe noch bella ja ich komme jetzt auch wieder runter weil vor allem da hinten da sind das sieht doch schon mal gut aus hallöchen wir können hier wieder ganz geil spiele kurzpakete luke ist in den gelben hier bei dem bei dem mast hier vorne ist was er macht wow der macht schillibilli Ich bin hier. Gott! Vorsicht! Ja, hab ich gerade aufgeregt. Hast du Molly? Ich hab keinen mehr. Nee. Also, ich bin dann jetzt mal hier in dem Gebäude. Oh, hier ist Jeff. Voller Irre. Hier sind ganz viele Kokspakete. Ja. Inventory. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab ne Fanbase und das ist nicht geil. Ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne. Ich hab ne faires Koks-Bakete hier. Ich hab ne Fische Koks-Bakete hier liegen. Ich hab ne Fische Koks-Bakete hier liegen. Gott ey! Okay, in meiner Tau muss ich ganz tun. Gott ey! Pichtenschmur Hau ab da, hau ab da, hau ab da Ja, mach ich jetzt gleich Sind nur ganz viele Fokus blockiert Oh, da sind vielleicht noch mehr Nenne das, was wir hier tun, Extreme Farm Oh, die brennen Wie fett ist das denn? Boah, ich hab den mit dem Gesicht aufgespießt Kannst du mal drauf gehen? Kack, Zombie Kack, Kack, Kack Hey, 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 ich hör mal da Base, Alter Bist zu heiß unterwegs, ja Der will einfach nicht drauf gehen Silk Zahl specified Kassel nicht believe Kassel Was hast du denn da? Was hast du?